Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von nicht irgendeinem Film, nämlich dem Sommer-Blockbuster des Jahres, zumindest für Warner, nämlich Barbie. Und damit starten wir unsere Barbenheimer Woche. Und ich bin's du, das sagte ich noch nicht, das sage ich jetzt. Ich bin ein bisschen mit dem, ich bin ein bisschen verwirrt heute aus dem Kino gekommen. Warum, weshalb, wieso, das reden wir gleich drüber. Und bevor ich dieses Intro komplett vermassle, stelle ich einfach die heutigen Teilnehmer, Teilnehmerinnen vor. Da hätten wir einmal die Lieder, hallo. Hallo. Den Max, rühst dich Max. Hallust du. Und die Theresia ist auch dabei. Hallo Theresia. Hi. Ihr Lieben, wir haben heute ganz frisch Barbie gesehen, der neue Film von Greta Gerwig, den sie gemeinsam mit Noah Baumach auch geschrieben hat. Und ich will im Vorfeld sagen, es ist so ein Film, ich hätte mir nie im Leben träumen lassen, dass es Realität wird. Mattel, einer der größten Spielzeugfirmen aller Zeiten, lässt eine Filmemacherin wie Greta Gerwig, die vorher so Sachen gemacht hat, wie Lady Bird oder Little Women, die letzte Leibandadaption, einen Barbie-Film machen. Wie war es bei euch, als ihr gehört habt, Greta Gerwig dreht einen Barbie-Film? Womit habt ihr gerechnet? Lida, wie war es bei dir? Ich habe mich, ähnlich wie es bei dir jetzt rausging, auch gefragt, wie passt das zusammen? Da Greta Gerwig ja auch eine Regisseurin ist, die sich um durchaus kritische und subversive Töne bemüht. Immerhin fand ich, war es ein gutes Zeichen, dass überhaupt eine Regisseurin mit dem Barbie-Film besetzt wurde und nicht ein Regisseur. Ich habe tatsächlich auch halb erwartet, dass das so ein Werk wird, mit dem sich Greta Gerwig andere, unmainstreamige Projekte finanziert. So das Mainstream-Werk, was halt im Blockbuster-Genre oder Action-Film oder Comic-Helden-Film oft aus dem eher Arthouse-Independent-Bereich kommende Regisseure abliefern, um dann wieder ihren Kram machen zu können und mit ein paar Millionen in der Tasche, die man ja auch dann durchaus braucht. Max, welche Erwartung hattest du, als du gehört hast, Greta Gerwig dreht Barbie? Oder kannest du Greta Gerwig vielleicht gar nicht? Ich, ich kenne die Frau, also ich kenne die ganz gut. Du, ich bin ja, ich bin ja völlig froh über alles, was irgendwie ein bisschen über den Tellerrand hinausgeht, sowohl in die eine Richtung, wenn Stream-Regisseurinnen irgendwie mal was Kleineres machen und aber auch andersrum, wenn sie dann praktisch das erste Mal, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, weil Little Women zähle ich jetzt nochmal nicht mit rein, auf wirklich Sommer-Blockbuster machen und deswegen, ja, also überrascht, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da überrascht war, weil ich muss sagen, so ein Barbie-Film, so jetzt im Nachhinein, Greta Gerwig, finde ich passt gut, irgendwie. Also ich kann von meiner Seite zumindest auch sagen, ich glaube, dass wenn sie ihn nicht gedreht hätte, dass ich nicht so gespannt auf ihn gewesen wäre, also wenn er jetzt nicht Greta Gerwig unter dem Regie-Credit gestehen hätte, sondern irgendwie einen anderen, also sagen wir mal sowas wie, was weiß ich, Sean Levi oder solche irgendwelche Erfüllungsgehilfen, da wäre mein Interesse, glaube ich, gegen Null gewesen. Aber Theresia, wie war es denn bei dir? Wusstest du mit dem Namen Greta Gerwig etwas anzufangen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin wahrscheinlich jetzt komplett das Gegenteil von euch. Also mir sagte der Name ehrlich gesagt nichts. Ich habe dann, also Little Women, Ladybug, die Filme haben mir dann wieder was gesagt, aber ich habe das oft nicht im Kopf, wer für welche Filme verantwortlich ist, zumindest was Regie und solche Sachen angeht. Ich wollte aber den Film sehen, weil, ich weiß nicht, ich habe den Trailer gesehen und es hat nach Spaß ausgesehen und es hat interessant geklungen, worum es in den Film gehen soll. Und deswegen bin ich in den Film gegangen. Jetzt weniger muss ich gestehen wegen der Regisseurin. Okay, dann werde ich dich einfach mal jetzt als Stimme des Volkes hier verorten. Ich wollte dich vorher vorher besorgen, ich bin dann die, der normale Kinogänger vielleicht. Die Ordinary Barbie. Gut, bevor wir uns um den Film... Ja. Genau. Und das vom Grabbeltisch kennt Max, naja, okay. Ähm, bevor wir uns jetzt um den Film an sich kümmern, würde mich noch interessieren, wie ihr persönlich zur Marke Barbie steht. Ähm, und ich fange mal an, weil es wird ja immer, also so, Barbie verbindet ja mit Mädchen, aber, ähm, ich hatte jetzt keine Barbie, aber ich fand Barbie als Kind immer ganz toll. Ich hatte eine Freundin und durfte bei der immer mit Barbie spielen. Ich bin eigentlich so ein Lego-Kind und ich weiß noch, dass ich Barbie in der Hinsicht faszinierend fand, weil die hatte so riesengroße Autos und so Häuser, die so detailliert waren. Und die hatten so einen Aufzug und das fand ich so mit vier, fünf Jahren wirklich ziemlich geil. Trotz allem landete denn auch nie eine Barbie bei mir unter dem Weihnachtsbaum. Lida, wie war es bei dir? Warst du eine Barbie-Spielerin oder war das eher nichts für deine Baustelle? Eine so große Überraschung mehr, weil ich jetzt schon aus dem Nähkästchen geplaudert habe. Für Ossi-Lida war Barbie das erste West-Spielzeug und für Unterschichtslida war Barbie auch eines der wenigen coolen Spielsachen der Mittelschicht, die ich auch hatte. Also wirklich im selben Jahr, als die Mauer fiel hier in Berlin, meine Mutter hat das gemacht, was viele gemacht haben. Sie ist sofort rüber in den Westen und hat riesengroß eingekauft Spielzeug. Und als ich damals von langer, schwerer Krankheit aus dem Krankenhaus zurückkam, wartete tatsächlich ein gigantisches Barbie-Mobil auf mich. Dieses rosa Ding, wo es nur einen Platz für Barbie gab, die komplett anders war als alle Osspielzeuge. Und es gibt da im Film eine sehr schöne Szene. Ich spoiler nichts, denn es ist die allererste, in der man sieht, wie kleine Mädchen mit diesem typischen Puppenspielzeug, wo die Puppen eben Babys sind und zur Mutterrolle nachspielen, anregen, spielen. Und so sah es eben auch ähnlich Triest, wenn auch nicht identisch war, das DDR-Spielzeug. Und zum ersten Mal gab es etwas, was ganz anders war, was knallbunt war aus Spielzeug. Wenn ihr das mal googelt, das war meistens so Eierschalenfarben bis Grau, auch mal Schamolweiß. Also sehr unschön. Und Barbie hatte alles und sie war ein Konsumprodukt. Aber das ist eben das Ding, dass Konsum nur negativ konnotiert ist aus bestimmten Blickwinkeln. Für jemanden, der das nicht so kennt und vielleicht in einer Welt lebt und der das gar nicht so möglich und gewollt ist, war das eine ganz neue Freiheit. Und darum war Barbie geil. Und auch mit all dem, was sie werden konnte, was du natürlich im Osten gar nicht werden konntest, da konntest du Fabrikarbeiterin werden, war das super befreiend. Also ich habe viel mit Barbie gespielt, auch wenn sie dann irgendwann den grausamen Poltertod durch Verbrennen gestorben ist. Oh, okay. Also hast du quasi dafür gesorgt, dass in Barbie Land eine weitere Weird Barbie existiert. Um es mal so zu sagen. Okay, gut. Max, was war dein erstes Barbie-Unikat, was du dir in die Sammlung gestellt hast? Da müsste ich jetzt tatsächlich mal kurz meine Cousine anrufen, weil die mein direkter Draht zur Barbie-Welt damals war. Also drei Jahre, ne sechs Jahre jünger als ich und die wurde dann eben mit dem Zeug versorgt, wie ich eben mit He-Man versorgt wurde, die Männer-Barbie würde ich sagen. Und ich möchte kurz anmerken, dass mir praktisch die Story von Lida dazu so im Kontext echt sehr, sehr gut gefällt. Und deswegen würde ich die auch gern so stehen lassen, weil alles, was ich jetzt hier irgendwie zuliefern kann, bringt nichts. Gut, aber dann müssen wir trotzdem nochmal die Stimmen des Volkes jetzt fragen, ob sie mit Barbie gespielt hat und wenn ja, wie viel und wie gerne, Theresia, Barbie und du erzählst. Ich glaube, mit Barbie, mir gibt es nicht viel zu erzählen. Irgendwie habe ich halt so den Konterpart immer, in meiner Kinder gab es, also doch, es gab Barbie, aber ich habe nicht wirklich mit Barbie gespielt. Ich habe auch nie welche bekommen. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich die Werbung immer gesehen habe und dann gab es wieder hier dieses neue Haus oder hier die ganzen tollen Sachen, wo es dann immer eben gegeben hat und ich wollte es immer haben, aber ich habe das immer nicht bekommen. Aber ich glaube, ich war auch generell kein Kind, das eh sehr viel mit Puppen gespielt hat. Ich habe immer eher wirklich mit Lego oder was gebaut und weniger mit Toppo oder Barbies gespielt. Von daher war es jetzt dann auch wieder nicht so schlimm, dass ich das nicht hatte. Ich habe dann auch bei meinen Freundinnen oder bei den Nachbarskindern so ein bisschen mitgespielt, weil die natürlich das ganze Zeug irgendwie hatten. Die hatten irgendwie auch jeden Disney-Film und halt auch jede Art von Barbie-Puppen, das ganze Auto, Wohnmobil, alles, was es halt so gab. Von daher war das gar nicht so schlimm, aber ich selber war noch nie Besitzerin einer Barbie. Okay, gut, dann ist Lida hiermit offiziell der Barbie-Fan in dieser Runde. Herzlichen Glückwunsch, Auszeichnung kommt per Post und jetzt können wir uns dann über den eigentlichen Filmer unterhalten, nämlich Barbie, ab dem 20. Juli in den deutschen Kinos. Wo soll ich anfangen? Ich dresche voraussage, er hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe mir was komplett anderes drunter vorgestellt. Und jetzt ihr. Gut, es wird dann eine kurze Besprechung. Nee, ich schmeiße mich jetzt auch, ich schmeiße jetzt meinen Hut in den Ring, weil, das sagt ja keiner was. Also, es trifft tatsächlich so im Großen und in der Nutshell ist es bei mir genau das Gleiche. Ich war super unterhalten und habe mir aber während des Films die ganze Zeit gedacht, wie gut er mir doch wirklich gefällt, weil der, ja der hat eine Ebene, also da bin ich schon deswegen sehr froh, dass die Frau Görweg das macht, weil, also das ist wie so ein, wie so ein schön tief reinbohrender Finger in die Wunde und so eine kleine Lächerlichmachung des Patriarchat, was, was, also da sind so viele Ebenen irgendwie mit drin. Er hat schon, sag ich mal, so die Stimmung oder so, das hat er gut rübergebracht. Und er zählt auch, hey, pass auf, in sowas wirst du dich dann befinden, aber das ist dann wie eine Bonbon-Tüte. Du gehst da rein und dann findest du hier noch was, da noch was, da kommt noch was dazu. Und, also man geht gefüllter raus, als man reinging. Ja, also ich hatte auch irgendwie so, also als ich das im Film rauskam, dachte ich mir so, Gott, Greta Görweg, ja, du cleveres Früchtchen, du hast es geschafft. Ich dachte, ich sehe ja so eine Art Belegung-Movie, nur mit echten Darstellern. Und letztlich hast du mir eine sehr amüsante und unterhaltsame Geschichte über Machtstrukturen dargeliefert. Ja. Ich habe auch irgendwo im Vorfeld gelesen, es soll wohl jetzt schon ein Trinkspiel geben, jedes Mal, wenn das Wort Patriarchat irgendwie gefällt, soll man irgendwie einen kurzen trinken, fand ich jetzt nicht so schlimm, aber ich, trotz allem, ja, es geht auch, zumindest aus meiner Perspektive, darum. Ähm, Lida, wie, was war dein Gefühl, als du den Kinosaal verlassen hast? Ich war auch angenehm überrascht, besonders konnte ich tatsächlich ein paar Mal lachen und das kommt bei mir als abgestumpfter Filmkritikerin eher selten vor, auch wenn ich mich amüsiere, es ist dann mehr so ein schwaches Grinsen, aber das ging hier durchaus, insbesondere durch die vielen Referenzen an echte Barbies, die es mal irgendwann gab, auch wenn die Barbie-Welt nur flüchtig kennt, weiß ja, sie hat tausende Berufe, über 150 sind es, glaube ich, während Ken immerhin an die, glaube ich, 50 oder etwa ein Viertel oder ein Drittel von Barbies berufen hat, also ziemlicher Loser im Vergleich zu ihr. Äh, sie hat x Variationen in allen möglichen Kulturen, manchmal mit grotesken Missrepräsentationen oder Appropriationen ist sie aufgetreten und es gab auch Barbies, die uns heute so creepy vorkommen, dass wir uns wirklich nur fragen, what the fuck were people thinking? Und da gibt es einige sehr, sehr schöne Anspielungen im Film, leider auch einige vertanene Chancen, wo ich dachte, da hätte man mehr machen müssen, insbesondere wenn es darum ging, zum Beispiel solche Sachen wie Ableismus anzusprechen. Es gab mal eine Barbie im Rollstuhl, das war allerdings die einzige gehandicapte Barbie, die auch nirgendwo in den Rest der Barbie-Welt passte, weswegen sie dann irgendwann wieder aus dem Programm genommen wurde. Also, dass Barbies komplette Welt eben überhaupt nicht behindertengerecht ist, soweit hatten die Leute dann die Rollstuhl-Barbie gebrachten. Aber es war doch wesentlich mehr Meta, als ich es mir erhofft zu wagen hätte. Allerdings nicht annähernd so campy und queer, wie ich es mir erhofft hätte. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Stimmt, also besonders queer ist der Film jetzt nicht, außer man sagt, es ist schon queer, wenn etwas pink ist, dann kriegt man die Volledosis queer. Aber stimmt, er ist schon sehr heteronormativ, der Film, was mich jetzt persönlich aber relativ kalt gelassen hat. Aber Lieder, nee Quatsch, jetzt sage ich schon Lieder, es tut mir leid. Theresia, du als Stimme des Volkes, wie war dein Empfinden kurz nach Verlassen des Kinos? Also, ja, ich muss auch nochmal kurz ausholen, weil, wo ich zum ersten Mal gehört habe, dass es einen Barbie-Film gibt, da habe ich mir gedacht, okay, wie soll das aussehen oder was will dann dieser Film mir erzählen? Ist es wie diese Animationsfilme, nur halt dann in Realen, die sie es schon immer gegeben hat? Also, ich konnte mir nicht wirklich was darunter vorstellen. Habe dann eben den Trailer gesehen und habe mir gedacht, okay, das klingt interessant. Also, was die da irgendwie geplant haben, eben auch so Meta-Ebenen-mäßig, klang wirklich interessant und unterhaltsam. Und dann habe ich gedacht, okay, den Film will ich sehen. Saß in einem Kino und habe wirklich sehr oft sehr viel lachen müssen. Er war sehr unterhaltsam, er hat sehr gute Einfälle, sehr gute Szenen, sehr gute Momente. Auch diese ganzen Anspielungen, also, wir haben halt auch ein paar Sachen eben wiedererkannt, so von früher. Mir hat das Spaß gemacht, ich fand ihn herrlich. Ich muss auch ehrlicherweise erzählen, es gab eine Szene, wo ich mich komplett wiedererkannt habe, wo ich mich auch so ertappt gefühlt habe. Ich will jetzt aufs Spoilergrund nicht genau darauf eingehen, aber sie ist gegen Ende, wenn die Barbies einen Plan schmieden, um die Cans, sage ich mal, abzulenken. Und dann gibt es eine Szene, in der ein Ken abgelenkt wird, indem eine Barbie vorgibt, den Paten nicht zu kennen. Und da habe ich mich so wiedergefunden. Und dann habe ich so, oh Gott, das bin so ich, verdammt nochmal. Oh ja, diese Szene kenne ich nur zu gut von Kollegen, die tatsächlich auch der Meinung sind, selbst gestandenen Filmkritikerinnen, die Filmgeschichte nochmal neu erklären zu können und erklären zu müssen. Also, das ist absolut authentisch und in meinem eigenen Umfeld mache ich mir durchaus dann mal einen Spaß daraus, denn wenn Männer damit anfangen, um das auszunutzen. Aber da waren viele schöne authentische Witze drin, aber manches war auch ein bisschen zu einfach. Das war etwa die Stelle, die dann am Ende des Films war, wo der Plot so ein bisschen ins Schlingern geriet. Und man hatte das Gefühl, jetzt wissen sie nicht so richtig, wie sie die Story zu Ende bringen sollen. Und ohne jetzt, dass ich sagen würde natürlich, welches Ende es gab, war das für mich sehr unbefriedigend, was dann kam. Also, ich gebe dir in der Hinsicht recht, dass ich auch das Gefühl habe, dass der Film ein paar narrative Schwierigkeiten hat. Er geht knapp etwas unter zwei Stunden und ich finde, man merkt eine gewisse Länge auch, zumindest merkte ich sie. Trotz allem kam ich mit dem Ende relativ gut zurecht, muss ich sagen. Aber ich muss auch sagen, dass so schön ich diesen einen Gag fand, da habe ich auch gemerkt, dass der Film so erzählerisch ein bisschen arg stolpert. Maxi, was bei dir? Ja, gut, also das Ende, ja, also kommt bei mir tatsächlich auch auf die Schwächenseite, also per se. So die letzten 15 Minuten, die konnten dann nicht unbedingt so an den, ja, an den grandiosen, intelligenten Schwachsinn, den es vorher gab, ran. Ich meine, Lida meinte jetzt, ein paar Sachen sind zu einfach, dem würde ich auch zustimmen. Ich finde aber, so in dem Kontext betrachtet, dass ich diesen Film auch unbedingt gern den Bewohnern, ich nenne es immer gern des Pavianfelsens, also Männer, die gern männlich sind und Mann sein wollen. Wenn man denen den zeigt, dann weiß ich nicht, tut es vielleicht, also damit die den auch verstehen, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn er an der einen oder anderen Stelle ein bisschen einfacher ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, ob die dann trotzdem die Anspielungen verstehen. Ja, du musst sie erst mal ins Kino kriegen, das ist eben, glaube ich, eher das Problem. Ja, das würde ich mir gerne. Du musst den auch austricksen, du musst dann sagen, wir schauen der Pate an, hallo. Und die Frage wäre, ob die dann wissen, dass die gemeint sind, ne? Denn das ist ja das Ding, kein Mann denkt, dass er so ist und die meisten sind so. Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn, es gibt da Verhaltensweisen, jeder Mann macht die irgendwie durch. Entweder er kriegt sie aufgedrückt und will sie vielleicht selbst überhaupt nicht. Das sind dann diese positiven Beispiele oder du lebst das dann wirklich. Das sind dann eher so diese negativen Beispiele, die dann vielleicht so einen kleinen Kurs irgendwie bräuchten im Umgang mit, keine Ahnung, in der Gesellschaft. Und von dem her, ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Also ich kann da nicht in die Köpfe reingucken. Vielleicht braucht man da auch so ein gewisses Grundverständnis oder so ein gewisses Mindestmaß an Selbstreflexion, um sich da drin dann zu erkennen. Und dann kommt natürlich noch als drittes Problem dazu, ob man das dann auch überhaupt annimmt, was gesagt worden ist und dann vielleicht ein paar Sachen ändert, um die Dinge in die bessere Richtung bringen zu lassen. Also es, ja, keine Ahnung. Ich gehe da jetzt mal positiv ran und sage, vielleicht der ein oder andere, der sich da drin erkennt und dann irgendwie sagt, oh, bin ich wirklich so peinlich? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich kann die Frage ganz klar mit Ja bin ich beantworten. So ehrlich muss ich sein. Im Vorfeld wurde der Film gerne mit einem anderen Spielzeugfilm von Warner verglichen, nämlich mit The Lego Movie. Ich kann auch verstehen, woher diese Vergleiche kommen. Und was The Lego Movie ja damals geschafft hat, ist, alle haben erwartet, es wird ein riesengroßer Werbefilm, was er auch war. Aber er hat es zumindest relativ kreativ verpackt. Wie ist es jetzt bei Barbie? Findet ihr, dass Barbie auch gut als Werbefilm funktioniert oder ist da erstaunlich wenig Werbung drin? Theresia, was sagst du? Boah, wie gesagt, ich bin nicht so tief drin. Ich habe da Figuren entdeckt, die ich vielleicht mal vor Jahren mal gehört oder gesehen habe, aber wieder vergessen habe. Also ich habe mich an vieles erinnert, eben so aus meiner Kindheit. Oder wenn dann so, es gab mal so eine Szene, wo Ken sich verletzt hat, ganz am Anfang. Und dann kam so ein mobiles Krankenfahrzeug. Da habe ich mir gedacht, ach, sowas kenne ich von früher aus der Werbung. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich muss jetzt den nächsten Spielzeugladen plündern. Max, warst du auf dem Heimweg noch schnell bei Teuster Assen? Hast du deine Barbie-Sammlung aufgestockt? Nee, bei mir funktioniert tatsächlich nur Essenswerbung. Da bin ich ja ein alter Hase. Nee, also als Werbefilm, keine Ahnung. Ich habe eigentlich auch ziemlich lang vor mir hergeschoben, dass da ja auch Mattel irgendwie finanziell die Finger drin hatte. Ich habe gedacht, dass das irgendwie so Greta Gerwig machte, so eine Guerilla-Aktion. Wie auch immer ich da drauf gekommen bin. Und ja, also wenn es ein Werbefilm hätte sein sollen, dann weiß ich nicht. Ist das irgendwie schon eine neue Form von Werbung, die sich mir noch nicht so wirklich erschlossen hat tatsächlich. Absolut. Das ist 100 Prozent natürlich ein Werbefilm, wo zum Teil die ja das Glück hatten, dass die Werbung schon fast zu einer Art Selbstläufer geworden ist. Man muss ja sich nur mal ein bisschen in den Modelläden umgucken, egal ob man jetzt mal bei Primark ins Schaufenster guckt, bei H&M überall. Barbie Core für einen Fashionstil, der eben inspiriert ist durch das grelle Pink dieser Puppe, aber auch ihre Outfits oder seien es einfach T-Shirts oder Gimmicks, wo der typisch erkennbare Barbies, also Barbie-Stiftzug eben auch in diesem Font, der da charakteristisch von Mattel ist, verwendet wird. Pink ist eine riesige Trendfarbe diesen Sommer geworden. Gerade diese Töne, die sonst gar nicht in waren und gerade an diesen Merchandising-Produkten, die ja auch rauskommen von Schlüsselanhängern oder allen möglichen Accessoires, wo Barbie draufsteht, verdient Mattel ja mit. Das ist ja nicht nur, dass die daran verdienen, wenn Barbie-Puppen selbst verkauft werden, sondern auch an diesen ganzen Accessoires. Und ich glaube, dass das sogar mehr Geld, zumindest in diesem Jahr, oder ich habe vielleicht keine Vorstellung davon, wie groß die Einnahmen sind, aber dass das mindestens ebenso wichtig sein könnte wie der tatsächliche Verkauf von Puppen. Und natürlich, dass wenn auch mit einem Augenzwinkern ja die positiven Barbie-Eigenschaften betont werden und Barbie in dem Film ja auch eine heldenhafte Figur ist, auch wenn sie da noch zwei weitere menschliche, also real menschliche Figuren an die Seite gestellt bekommen, geht es ja letztlich um ein positives, weit mehr als ein kritisches Bild von Barbie, auch wenn die kritischen Eigenschaften, die sie hat, mal kurz runtergerasselt werden. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe beim Barbie-Film wieder entdeckt, Selbstironie ist ein ziemlich gutes Marketinginstrument. Denn ich kam aus dem Film raus und dachte mir irgendwie so, boah, Mattel ist eigentlich eine ziemlich coole Firma. Aber vermutlich sind es einfach, es ist auch halt einfach nur eine Kapitalistenschweine. Aber wenn Mattel wirklich aus den Idioten in der Chefetage besteht, wie in dem Film, dann würde ich mir tatsächlich Gedanken machen. Also sagen wir es mal so, es ist also gewisser Hauch von Selbstironie ist natürlich gegeben. Die wissen schon sehr wohl, was für ein großer Konzerne sind. Und da kann man natürlich dann die ein oder andere Pointe über sich selbst machen. Mich würde mal interessieren, wie das funktioniert hätte, wenn der wirklich, also wenn man da frei drehen hätte dürfen. Aber das ist vielleicht in einem anderen Universum. Also ich war halt wirklich überrascht, wie sehr sie schon frei drehen durften tatsächlich. Es gab ein paar Sachen, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Aber anscheinend hat Mattel da die Hausaufgaben gemacht. Und also die kommen, glaube ich, als große Gewinner daraus. Denn der Film wird vermutlich erfolgreich sein. Ich glaube, dass sich viele Leute danach wieder ein bisschen mit Barbies beschäftigen werden. Und mir ist jetzt auch aufgefallen, auf dem Weg nach Hause, dass die Farbe Pink wirklich diesen Sommer scheinbar wieder sehr en vogue ist. Und das sage ich, der normalerweise nur zwei Farben trägt, nämlich weiß und schwarz. Es ist toll, ja bei uns auch schon. Also ich habe mir gemerkt, in München, also wie viele. Also ich war leider auch wieder hier komplett konträr. Ich war auch schwarz und weiß, aber es waren auch viele da, die irgendwie Pink getragen haben. Oder auch generell irgendwie alles Mögliche. Habe ich das Gefühl, also ich habe auf dem Handy auf irgendeinem Spiel, da ist jetzt, was früher irgendwie so Bären war, ist das gerade im Moment so ein B für Barbie. Das ist irgendwie so allgegenwärtig gerade. Und ich muss auch sagen, klar, Mattel kriegt da so ein bisschen so Seitenhebe ab. Aber im Grunde, ich meine, es ist für die ja auch wieder Publicity und Werbung. Und ich glaube, es wird über den Film geredet. Barbie ist dann wieder in aller Munde auf dem Spielzeug. Und ich glaube, also auch wenn die jetzt so eben Seitenhebe abbekommen, schaden wird es ihnen nicht. Nö, das nicht. Also wenn ich bedenke, dass Mattel früher mal irgendwie nicht wollte, dass ihre Puppen in Toy Story vorkommen, ist das jetzt schon was anderes. Also ich glaube, die haben eine weise Entscheidung getroffen, diesen Film zu machen. Weise Entscheidung war, glaube ich, auch die Besetzung von Margot Robbie, die den Film auch produziert hat mit ihrer Firma Lucky Chap, die wir jetzt als Barbie sehen. Und ich muss sagen, ich mag Margot, Margot, Margot Robbie, hier ist ein schöner Name, Margot Robbie, ja. Und sie macht einen relativ guten Job, weil sie, wie ich finde, sehr gut auch immer so eine gewisse Art der Selbstironie gut verkörpert. Max, wie siehst du das? Wie hat dir Margot Robbie als Barbie gefallen? Oder als die Barbie? Naja, gut, da... Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob mir so viele andere Darstellerinnen jetzt einfallen würden, die, sag ich mal, ohne groß nachzuhelfen, da reinpassen. Oder das so? Ja, vielleicht. Die junge, die junge Jenny Elvers vielleicht. Aber ja, du, Margot Robbie, die finde ich echt stark. Also ich habe jetzt letzte Woche auch Babylon mal nachgeholt. Da fand ich sie auch stark. Viele Sachen, die ich mit ihr sehe. Vor allem, wenn sie so eine tragende Hauptrolle spielt. Also Titelkarakter beispielsweise. Wie jetzt auch bei Aitonia oder so. Fand ich sie immer sehr gut. Und sie ist mir auch so an sich sympathisch, was man dann eben so in Interviews mitbekommt. Trotzdem war sie in dem Film komischerweise nicht unbedingt meine Nummer eins, sondern nur die Nummer zwei. Geht mir, glaube ich, ähnlich. Ich weiß, ich bin jetzt so gespannt, ob wir die gleiche Nummer eins haben. Ist das ein männlicher Darsteller, der unglaublich gut im Pelzmantel aussieht? Ja, ich glaube ja, aber ich bin jetzt so ähnlich. Ja, mir geht es ähnlich. Ich kann mich da anschließen, wie so dieses Ranking ist. Und ich mag beides. Ich fand Margot Robbie ist ja wirklich, sie schaut ja wirklich toll aus. Sie schaut ja aus wie wirklich eine lebensechte Barbie. Und sie hat da wirklich so mit dem Augenzinkert immer gespielt. Und ich fand es wirklich herrlich. Und es gibt selten Filme, wo sie mitspielt, wo ich sie nicht gut finde. Also wenn jetzt die Reihe an mir ist, auch ich fand Margot Robbie's Besetzung nicht nur aufgrund ihrer äußerlichen Ähnlichkeit ideal, sondern natürlich, weil sie eine hervorragende Schauspielerin ist, was ja auch die zahlreichen Nominierungen für diverse Filmkreise von British Academy, also den BAFTAs bis Golden Globe und Oscars, zeigt. Sie macht das wirklich sehr gut, diese Rolle und eine bessere Besetzung. Die Besetzung überhaupt durch die Bank war stark. Also auch so kleine Cameos, die es da gab von Rhea Perlman zum Beispiel. Oder in einer Nebenrolle. America Ferrara haben wir hier gesehen, die sehr gute, vielversprechende Jungdarstellerin ist, die auch viel aus ihrer Stereotypenrolle herausholt. Und das war eindeutig gute Wahl. Auch Kate McKinnon fand ich super. Oder die Diversität, die sich zumindest in der Repräsentation der anderen Barbies gezeigt hat, das hätte ich mir tatsächlich gewünscht. Das ist ja fast schon futuristisch gedacht, wenn Mattel jetzt tatsächlich mal Barbies kontinuierlich mit verschiedenerem Aussehen herausbringen würde oder vielleicht die weniger Stereotyp schön sind. Denn auch wenn die Hautfarben und Nationalitäten inzwischen marinieren, ist ja auch diese Stereotype Schönheit immer noch sehr einheitlich das Kriterium aller Barbies. Das wäre wirklich toll. Was mich mehr ein bisschen gestört hat, war tatsächlich diese Jobbezeichnung. Weil sie waren halt immer Nobelpreisträger vom obersten Gerichtshof oder Ärztin oder Architektin. Und mir fehlte irgendwie auch so ein bisschen so eine Busfahrer-Barbie. Da hast du vollkommen recht. Da ist zum Beispiel ein weiterer Punkt, wo man deutlich sieht, wie sehr Mattel hier für sich Werbung macht, dass die Welt in der Barbie-League, die ideale Welt weit, diverser auch in Klassenrichtungen oder gesellschaftlichen Richtungen aussieht, als sie tatsächlich ist. Es existierte in der Barbie-Welt niemals eine Unterschicht. Es gab die Mittelschicht, die obere Oberschicht und dann gab es die Elite, wenn Barbie an möglichen Traumhäuser, Jets und ihre eigene Insel und so weiter hat. Aber sowas wie, wie du es jetzt sagst, Müllmann, Flohfrau, Kassiererin im Supermarkt, um Gottes Willen, die arbeitslose Barbie, ALG2 Barbie, Hartz IV Barbie, nee, das existierte nicht. Selbst wenn Barbie mal Babysitterin war, was ja einer ihrer Lieblingsjobs lange Zeit zu sein schien, war das nur aus ihrer Liebe zu Kindern und aus Langeweile, aber nicht, weil sie das tatsächlich machen müsste. Sie war immer noch super reich und hatte haufenweise Outfits und Autos. Nee, also es wurde dann im Schluss angesprochen, dass es eventuell hier so eine Ordinary Barbie gibt, wo dann irgendwie am Anfang abgelehnt worden ist. Aber ja, ich weiß nicht, wie ich es finde, so ersetzt, dass es hier so diese ganz tolle Welt ist, dass hier alle toll aussehen und erfolgreich sind, was eigentlich dann einerseits wieder positiv vielleicht für die Kinder ist oder für junge Mädchen, dass man halt alles werden kann. Aber klar, es gibt halt auch so diese, also anderen Jobs eben, wie man gerade gesagt hat, Busfahrer, Fahrkartenkontrolleur, keine Ahnung, was auch immer. Ob das, nicht jeder muss quasi Ärztin oder Richterin werden. Ja, also ich finde, das ist ein absolut valider Kritikpunkt. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, wir haben es ja hier auch wirklich mit einem hoch budgetierten Blockbuster-Film zu tun. Und dafür finde ich, ist der Film wirklich, ich weiß nicht, ob progressiv jetzt das richtige Wort ist, aber ich habe ihn mir halt anders vorgestellt. Jetzt tatsächlich, was diese Themen angeht, doch ein bisschen zurückhaltender und war dann doch im Positiven überrascht, wie viel der sich dann doch traut. Natürlich hätte er sich mehr getraut, wenn es eine Independent-Produktion gewesen wäre wahrscheinlich, aber dann hätte niemand sich das Recht für Barbie bekommen. Also ich denke mir, der Film, ich meine, es ist jetzt kein Spoiler, wenn ich das sage, aber der Film, der hat für mich in der Mitte einfach einen Twist gehabt. Punkt. Und hatte dann so was komplett Unerwartetes und deswegen schmeiße ich jetzt schon mal Ryan Gosling in den Ring, weil ich dachte tatsächlich vorher, okay, der wird da mehr oder weniger, wie er es ja dann wahrscheinlich in der Spielzeugwelt auch ist, einfach nur so als Anhängsel irgendwie sein, der, keine Ahnung, so als Comic Relief irgendwie neben Barbie dann das Abenteuer bestreitet. Aber nee, eigentlich im Prinzip ist es dann doch, wie hieß dieser alte Film, Battle of the Sexes, ab einer gewissen, ja, ab einer gewissen Minute, die zufälligerweise dann irgendwo in der Mitte dann ist. Und ab dem Zeitpunkt saß ich dann drin und habe mir gedacht, okay, diese Ebene gefällt mir jetzt äußerst gut, weil ich mir dachte, ich habe vor, also bevor ich reingegangen bin ins Kino, habe ich echt ein bisschen Angst gehabt, dass das irgendwie so wie Greta Gerweck dreht so einen Will Ferrell-Movie. So einen der letzten Jahre, ne, mit ein bisschen Slapstick hier und da und ne, da, keine Ahnung, das ist einfach für mich ein gut geschriebenes Drehbuch. Was ich halt auch stark fand und es ist ja schon in dem Marketing-Material rausgebrochen, also erklärt worden, dass Barbie ja auch die reale Welt besucht und was ich halt wirklich toll fand, ist, wenn Barbie dann in der realen Welt ist und plötzlich so mir nichts, mir nichts mit den Sachen korportiert wird, mit denen ich mich und viele andere auch umschlagen müssen, wie zum Beispiel Angstzustände oder solche Sachen, ja. Und das fand ich richtig toll. Das war, glaube ich, mein Magic-Moment, wenn Barbie in der Realität hockt und plötzlich anfängt zu weinen und merkt, scheiße, ich habe ja Angst. Das ist ja ein ganz blödes Gefühl, das fand ich großartig. Naja, sie ist ja selber in dieser Welt dann, übernimmt ja dann unsere Rolle, ne, also die der Beobachterin. Das ist ein schönes, also ist ja auch gut, dass das ausgenutzt worden ist, dieses Element, weil es bietet sich an und, sagen wir mal, in einem dümmeren Film wäre das wahrscheinlich dann nicht gemacht worden. Ja, und das liefert eben dann auch automatisch eigentlich eine zusätzliche Ebene, wie dann solche Sachen wie, wenn sie das erste Mal weint, dass das dann vorkommt. Und was so banal ist für uns, ist dann für sie ein etwas schmerzhaft, aber gut sich anfühlendes neues Gefühl, von dem her, ja. Ja, sie war in ihrer Barbie-Traumwelt-Blase und ist jetzt quasi mit dem echten Leben konfrontiert. Mit, ja, mit allem, was sich halt eben auch mit hübschen, blonden Frauen rumschlagen müssen, leider Gottes. Naja, nicht nur, nicht nur hübsche, blonde Frauen, sondern jedes als weiblich gelesene menschliche Wesen muss sich damit rumschlagen. Und das war ja auch nur sozusagen die Spitze des Eisbergs. Es gibt ja weit drastischere Formen in der Gesellschaft, in denen Frauen benachteiligt sind oder auch einfach Dinge, in denen Frau sein nicht besonders prickelnd ist, wie man an einer recht netten Endszene sieht, die das sehr effektiv mit einer Krankheit vergleicht, zu der es ja auch oft gemacht wird und auch jahrhundertelang oder jahrtausendlang tatsächlich angesehen wurde. Man ging ja schon in der Antike davon aus, also große, in Anführungsstrichen, Denker wie Sokrates und so weiter, die dachten, ja, Frauen sind missglückte Männer. Ja, Fact wurde so gesehen, ja, und die Bibel sagt ja auch nichts anderes. Und seit diesem Film wissen wir, dass es genau andersrum ist. Ja. Kommen wir nochmal zum Thema große Denker und Sokrates. Wollt ihr noch ein bisschen was über Ryan Gosling loswerden, der, ich würde sagen, schon die zweite Hauptrolle spielt? Ich habe ja schon erwähnt, dass ich ihn ganz fantastisch fand. Wollt ihr da mitgehen oder sagt ihr da neinst du, du hast keine Ahnung, der ist doof. Ihr habt jetzt eure Zeit, euch zu äußern. Wer das macht, das ist mir jetzt egal. Dass Ryan Gosling doof ist, na gut, das ist in dem Film wohl gut zu sehen, dass er wirklich doof ist. Aber, ähm, was halt eben, also, ich, ich fasse mich kurz, ich hab's, nach dem Kino hab ich mir gedacht, hey, Leute, kann das möglich sein, dass man für so einen Film eine Oscar-Nominierung oder sowas bekommt? Kann das sein? Kann das sein, dass man für so eine Rolle wirklich mal nominiert wird? Und, da hab ich mir gedacht, why not? Der hat, also, tatsächlich, der hat, der hat das so gut rübergebracht, dass, du musst dir sagen, der hat ja die Message, hat er, die Message hat er so verkauft, wie man sie verkaufen muss. Ich versuche schon seit 100.000 Jahren, so lange bin ich schon auf diesem Planeten, seit 100.000 Jahren versuche ich schon, äh, anderen Leuten ihre Verhaltensweisen dadurch beibringen oder, oder näher bringen zu wollen, indem ich sie immer wieder ein bisschen ins Lächerliche ziehe, weißt du, dass man sagt, vielleicht merken sie selbst, wie peinlich sie sind. Das ist meine Form der Kommunikation, wenn, ich wäre auch ein schrecklicher Vater, merke ich glaube, wie ich das mit meinen Kindern machen würde. Und, äh, der, diese Figur, natürlich, äh, mit freundlicher Unterstützung des Drehbuchs, diese Figur, äh, perfekt, also so, so muss das sein. Deswegen hoffe ich ja auch, dass, äh, dass da der ein oder andere, äh, ja, der ein oder andere Tostosteron-Hans, äh, dann aus dem Kino rausgeht und vielleicht das ein oder andere in seinem Verhalten hinterfragt. Jetzt habe ich mich nicht kurz gefasst. Das ist absolut okay. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen, ich, also, ähm, Kati, es tut mir leid, ich muss es wieder sagen, ich liebe Ryan Gosling. Ich habe ihn immer gemocht, ich mag ihn, äh, schon seit Ewigkeiten und ich fand ihn in dem Film wirklich großartig, also mit dieser Selbstironie, wie er auch diese, diese Rolle verkörpert und, ähm, diesen Wandel halt durchmacht und wirklich so der, diesen Patriarchat, diesen Spiegel vorhält, ähm, ich kann Max dazu zustimmen, also ich mochte ihn in der Rolle wirklich sehr und ist für mich fast, ähm, die größere Rolle oder die wichtigere Rolle als, ähm, Barbie selber auch. Klingt jetzt vielleicht komisch beim Barbie-Film, aber mir ging's so. Ja, auch ich kann dem zustimmen, er hat seine Rolle da hervorragend gespielt und tatsächlich, wenn einer ein bisschen Queerness in den Film gebracht hat, außer jetzt so Leute wie Harry Neff oder Kate McKinnon indirekt, dann waren das wahrscheinlich eher mit seinen Outfits oder schon wie er sich davor beäußert hat, Hans von dem Film, er ist ja immer sehr positiv gegenüber der Community, also, auch wie er das leicht ironisch da reingebracht hat, er macht das sehr gut und ich hätte da kein Problem mit, ihm eine Oscar-Nominierung für diese, also etwas Anerkennung für diese Rolle zu gönnen. Ja, ich glaub nämlich, es ist nicht einfach zu spielen. Comedy ist verdammt hart, ja, also ich denke, das ist eine der meist unterschätzten Richtungen des Schaustils, also wirklich witzig zu sein, ist verdammt schwer. Ja, ich werde keinen Podcast-Oscar für diese Leistung heute bekommen, aber ich hab dem mit auch nicht gerechnet, äh, ich bin soweit leer gesprochen, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich gerne übergehen zum Fazit. Fazit? Habt ihr noch was oder Fazit-Zeit? Was sagt ihr? Fazit. Ja, machen wir Fazit. Gut, dann Lida, fang doch mal an. Was sagst du zu Barbie? Amüsant, kurzweilig, trotz einer gewissen Länge und auch wenn man sich manchmal mehr gewünscht hätte, liegt das dann vor allem daran, dass der Film schon sehr viel gibt und man unter Enttäuschung gleich sein kann, dass es kein ganz großer Blockbuster, also subversiver Blockbuster wird, Blockbuster ist es ja auf jeden Fall, aber das ist schon immerhin mehr, als man erwarten kann und gerade die leicht zynische Note, auf der der Film endet, dämst dann noch mal das recht unpassende Ende im Ganzen, denn man darf es, wie gesagt, nicht vergessen, das Ganze ist ja ein großes Werbeprodukt und somit sollte man dem auch immer noch kritisch gegenüberstehen und es lohnt sich auch, sich die Geschichte von Barbie und ihrer Genese mal etwas zu Herzen zu führen, denn anders als der Film es uns verkaufen möchte im doppelten Sinne, ist sie nämlich nicht einfach von Rose Handler erfunden worden, sondern vielmehr kopiert von einer Puppe, die ursprünglich als Sexspielzeug für, also als witziges Gimmick in der Art einer Miniatur-Sex-Puppe für Erwachsene gedacht war und keineswegs als Kinder- oder Spielfigur. Trotzdem hier toll besetzter Film, der Unterhaltung bietet und ein bisschen Hintersinn hat, dass es mehr als man sonst bekommt. Okay, Max, deine Meinung bitte. Ich finde die Punkte, die Lila gesagt hat, absolut valide, würde ich alle unterschreiben. Ich weiß gar nicht, was ich da noch großartig hinzufügen soll. Der Film bekommt für mich auf jeden Fall in einer gewissen Kategorie den Nobelpreis für Filme und ansonsten hoffe ich tatsächlich, also ich bin jetzt mal gespannt, was aus Frau Görwigs Feder so als nächstes kommen wird und ja, tatsächlich freue ich mich dann vielleicht sogar schon auf ihren nächsten, was weiß ich, keine Ahnung, was macht sie, eine Screwball-Komedy. Tatsächlich habe ich jetzt irgendwie gelesen, dass sie wohl plant oder vorhat, mit Netflix die Chroniken von Narnia zu machen. Ach stimmt, ja, da habe ich irgendwas gelesen. Na, fuck da, weiß ich nicht, ob ich mich drauf freue. Okay, ich nehme alles wieder zurück, außer der Wertung. Nobelpreis für Filme bekommt der Film von mir und die kriegen alle ein großes Lob und ich bin froh, dass es sowas im Kino gibt und ich hoffe, dass der genug Leute in die Kassen spült und ich bin jetzt, wenn es drum, wir sind ja der Babenheimer Podcast, ich bin Team Barbie. Okay, Theresia. Ja, ich kann mich eigentlich auch noch anschließen, also in der Konstellation bin ich auch eher Team Barbie. Ich fand den Film sehr amüsant, sehr unterhaltsam. Ich fand auf die Themen, mit denen er sich beschäftigt hat, gut umgesetzt und gut integriert. Wie man schon gesagt hat, die Besetzung ist einsame Spitze. Er hat das Potenzial, irgendwie so ein kleiner Sommer-Blockbuster zu werden und hoffe auch, dass der viele Leute in die Kinos zieht, weil, wie gesagt, ich hatte wirklich eine sehr unterhaltsame Zeit in dem Film. Kann ich also nur empfehlen. Dankeschön. Ja, bei mir ist es das Gleiche, was jetzt meine drei Vorredner, Vorrednerinnen gesagt hat. Das ist gerade ein bisschen langweilig, erlaube ich, aber so ist es halt. Wir alle vier konnten mit Barbie doch relativ viel anfangen, so auch ich. Das soll es hiermit gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Teil 1 unserer Barbenheimer Woche. Mal gucken, was Oppenheimer macht. Theresia und Max sind da nicht mit dabei, aber die doch nicht. Wir halten der Atombombe die Treue. Echt? Sagen die beide dabei, oder was? Absolut. Oh, The Bomb. Kurze Frage, habt ihr ihn beide schon gesehen? Nein, ich noch nicht. Ich gucke ihn morgen früh. Ich sehe ihn morgen früh. Okay, dann wünsche ich euch beiden viel Spaß. Danke. Dankeschön. Und euch da draußen wünsche ich viel Spaß mit dem restlich beräumtes Telestammtisch. Und denkt dran, Telestammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt. Und damit sage ich Adieu. Dann sagt Theresia Tschüss, dann der Max und der Lieder gebührt das letzte Wort. Tschüss. Servus. Ja, tschüss. Bei, liebe Leute. Und nicht vergessen, seid lieb zu euren Puppen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.